gewünscht So weiter geht's der spaßige Spaß in Marius mit Amored Airship, das klingt fürchterlich So Leute, wir gehen direkt rein, ich habe Rigi gerade ein Foto geschickt Oha, ja Und ich möchte eine Bewertung zwischen 1 bis, das ist die ehrenloseste Scheiße, die du jemals gesehen hast Okay Guck drauf Oh geil Live-Reaktion Boah Ist ehrenlos, oder? Diese Käse-Dinger, alles geil Oh, die sind doch voll geil, Mann Ich habe Rigi gerade meine gestrige McDonalds-Bestellung geschickt Geil, Fettsackpressen Also ich sehe hier Nicht so laut, meine Mama hört zu Ich sehe hier einen 20er-Nuggets Richtig Dann siehst du eine Käse-Mischbox Richtig Die Chicken-Cheese-Box Zwölf Nuggets und zwölf Mal Die Käse-Dinger Dann sehe ich da hinten, glaube ich, eine Barbecue-Soße Äh, du siehst dreimal Chili-Soße und dreimal Süß-Sauer-Soße Okay, ja, dann sehe ich einen Hamburger Royal-Käse Genau Dann bestimmt einer hat mal noch einen Smoky Das ist der Barbecue-Becken Barbecue-Becken und dann hat er Big Mac Ein Royal-TS ist es tatsächlich Ein Royal-TS, okay, das ist mein letzter Bin hier erkannt Geil Geil, oder? Na, ich esse auch immer noch dran Tatsächlich Bin immer noch dabei Ähm Aber ich, ich, ich hatte, weiß nicht Ich musste Ich hatte jetzt ein paar Tage, bin ich so gut wie gar nichts zu essen Und wie Mario gerade sagt Just what I need it Es war wirklich War nötig einfach Ich brauchte das Man braucht ja ab und zu mal So einen Ausbruch aus der Realität Und das war meiner Das war dein Ausbruch aus der Realität Das war, war mein Bestes War geil auch Ich hab wirklich auch richtig reingeschlemmt, genossen Und mein Magen hat, hat, hat mich auch nicht dafür verurteilt Da, an dieser Stelle Ehre, Ehrenbruder Danke dafür, Magen von Wollo Ne, das ist ja auch jetzt nicht das Normalste von der Welt Das der mir, mir gönnt Macht er normalerweise Aber er hat es mich vielleicht auch gedacht, ne Er braucht das auch mal wieder Ist auch so das Gefühl Das stimmt doch was nicht Wieso isst er immer nur so Gedönse Was soll das, diese gesunde Scheiße Ja Gesunde Scheiße So gesund war es nicht, aber Ich hab halt wie ein Mensch gegessen, ne Und das ist ja auch irgendwie Ja Flasht mich nicht Flasht dich nicht, sagst du? Ne, wie ein Mensch essen kickt nicht Ne, das verstehe ich Das verstehe ich irgendwo Ne Das würde mich auch nerven Wie isst du momentan? Ist das Boah Ich will eigentlich die ganze Zeit Immer gesund essen Aber Und ich hab auch gar keine Cola Nicht mehr was essen bestellt Aber ich hab mal wieder Den guten alten Paypal zieht ja nicht ab Am Wochenende gemacht Naja, wenn die nicht abziehen Haben sie selber schuld, ne? Also für euch Leute Am Wochenende lebt man wie ein König Weil Paypal erst am Weil Paypal erst am Montag Geld abbucht Das heißt, Montag wird Freitags, Absatz, Sonntag wird gegessen Wie ein König Man bestellt sich ja noch so viel mit Dass man noch Montag Vielleicht sogar Dienstag Davon essen kann Danach wird gegessen wie ein Bauer Ich glaub, Bauern essen ganz gut Ich war ja gestern Ja, aber von den Ritterlichen Zeiten Ich war aber gestern schlau Ich war ja gestern bei meinem Vater Oder bei meinen kleinen Geschwistern Zum siebten Geburtstag So Und dann gab's bei meinem Vater Gans mit Kartoffeln und Rotkohl Okay Jetzt sagt er so Ja, ich hab das nur gemacht Weil das noch über war Das war noch über Man hat halt immer so eine ganz Ne, er hat auch Restaurant Achso, ja gut, okay Dann, ja Dann macht das Sinn, ne Ja, ja, aber ansonsten Ist halt ein bisschen weird Das heißt, wer ein bisschen wild So Ich hatte da noch so eine ganz Du musst den Linken nehmen Du musst den Linken nehmen Du musst den... Ich muss noch nur rüberspringen Oh Gott Das war gut jetzt Ja Dann hatte ich gesagt Pass auf Wenn du vor der Weckschmeißst Mach mir das doch alles mit Ich nehm das mit Dann hab ich hier noch ganz viel Ente und Rotkohl Und Brat Alter Geil, oder? Oh mein Gott Ich bin so neidisch Das kannst du dir gar nicht vorstellen Oh, Rotkohl Aber ich bin am meisten Neidisch auf den Rotkohl Tatsächlich Echt? Ich glaube, ich bin am meisten Neidisch auf die Auf die geile Auf die geile Äh, Ente Äh, auf die geile Gans Gans Nee, 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 nee Ich stehe so sehr auf Rotkohl Aber ich esse nie Rotkohl Wie? Nee, da müsste ich mir ja auch Was passendes dazu machen Das bedeutet, man müsste sich Klöße machen oder so Klöße sind aber auch überbewertet Na, das hatten wir schon Und ich raste gleich aus Und dann wieder Nee, nee, nee Klöße sind ne arschgeile Nummer Und da gibt's auch nix dran zu rütteln So, und, äh, aber Et ist halt mit Ach, weiß ich nicht Ist mir schon wieder zu viel Arbeit Ich bin momentan So kochfaul Das ist der Wahnsinn Ich hatte mal richtig Phasen Wo ich richtig Bock drauf hatte Ne, richtig aufwendig zu kochen und so Und dann hat mir auch Spaß gemacht Aber momentan, Digga Selbst so ne Tüte für ne Pfanne aufzumachen Denk ich mir so Oh, da musst du da ab und zu mal rühren Und so Boah, schaff ich nicht Also das ist momentan bei mir Wirklich ganz schlimm Ich muss zwischendurch mal rühren Ja, das geht nicht Also momentan Meine Mittagessen sehen so aus Dass ich mir irgendwas So an Kartoffelprodukten Sei es Röstis Oder sonst was In die Friteuse rein Ne, ich hab keine Friteuse In den Backofen halt packe Ja Und dann nach 30 Minuten Kann ich da da rausholen Und das ist so Das, wo ich so gerade dann sage Das ertrage ich Da esse ich dann auch nichts zu Da gibt's dann einfach nur Röstis Sonst nix Einfach nur Röstis? Ja, weil es ist, wenn wir zu viel arbeiten Noch eine Pfanne zunehmen Und da drin noch irgendwas zu machen Zusätzlich Oh Es ist also momentan Ist wirklich Ich weiß noch nicht Woran das liegt Aber Ich kann's nicht Es ist einfach Es geht nicht Er kann es einfach nicht Er kann es nicht Lass mich da mal in Ruhe jetzt Es ist ne Blockade Und du ernerbst mich jeden Tag Die Leute fragen immer Was hast du gegessen? Man macht's gar nicht sagen So hat er die Fresse Wenn ich euch erzählen will Was ich gegessen habe Dann erzähle ich es euch schon Wie findest du eigentlich Den Mario 2 Movie Das war jetzt angekündigt worden Ist gestern Am Mario Ja, das war ja klar Das haben wir jetzt Kein bisschen überrascht Mir war ja klar Dass sie an einem zweiten arbeiten Ja, das war ja klar Das war ja mit der erfolgreichste Film des Jahres Ja 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 Doch, 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 doch Das war Also ich mein Das war Ist aktuell Der erfolgreichste Animationsfilm auch Ich mein schon Also des Jahres Auf jeden Fall Aber Sonic war auf jeden Fall Krass auch Das kam mir auch mega gut an Und du kannst mir sagen Was du willst Ugly Sonic war doch safe Safe Nen 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 Hundertprozentig Oder Ich kann mir nicht vorstellen Dass die das ernst gemeint haben Kann schon sein Andererseits ist es Sega Andererseits ist es Sonic Ja, bei Sonic weiß man nie Die meinen schon einiges ernst Man denkt Das können die nicht ernst meinen Achso Ja Wahrscheinlich Ja Ja Aber ich finde jetzt auch Sonic Sonic 1 lief glaube ich ganz gut Ja Aber beim zweiten weiß es gar nicht Ob der auch so gut lief Äh Sonic 1 war glaube ich der Beste Also Sonic 1 fand ich auch ganz gut den Film Hast du ja gesagt Und Sonic 2 fandst du denn wieder meh Sonic 2 war mir halt zu Sag du Penis Erzähl weiter Sehr guter Einwand in dem Moment Weil ich wollte auch gerade sagen Der war mir zu kindisch Okay Ungefähr so wie dein Kommentar gerade War mir das War mir das ein bisschen Ein bisschen zu kindisch Tatsächlich Weiß nicht was du meinst Ja Da war doch gerade das Ende Wo war das Ende Diese E-Münze Das ist dann nicht das Ende Nein die ist nicht das Ende Ich komme da ja auch gerade gar nicht ran Also von daher Nicht ein Hat er mitgenommen Brauchtest du zwar nicht das andere Aber den Scherl hast du ruhig mitnehmen können Ja der ist halt runtergefallen Bei dem anderen dachte ich mir dann Ah ja gut das brauche ich ja gar nicht Dann ist ja egal Alter was sind das für schwere Level Na das geht jetzt Das finde ich jetzt nicht so schlimm Ich hätte nicht eins davon geschafft Oh dann hättest du das eigentlich spielen müssen Ne So nach unserem neuen Konzept Ja Ja wir wollten noch bis zum 22 durch sein Wollo Das schaffen wir nicht Wenn wir das Ey das ist sowieso noch Also das sind über 170 Level Wir haben den Elften Ich habe noch elf Tage Also das ist hier der Part für den 13. glaube ich Nee doch Nee das ist der Part für den 14. Regi Ich will jetzt keine Panik machen Aber es könnte sein Dass ich das bis Peach gar nicht schaffe Ach du Scheiße Ja muss ich Peach spielen Na Ist seines Pokémon ja auch nicht durch Das safe Mal hin Safe nicht Natürlich Aber wir kriegen das hin Leute Keine Sorge Im Zweifelsfall kommen dann ein paar Tage Drei Videos Dann ist das so Genau Dann ist das so Dann ist das so Ihr werdet auf jeden Fall immer Profitieren Ja uns aber eingefallen tun Leute Und einen Kanal mit Güte Abschließen Genau eine Karte Kanal mit der Stadt abschließen Um uns zu unterstützen Um uns einfach zu supporten Weil ihr denkt Wir sind geile Menschen Also müsst ihr auch nicht denken Ihr könnt es einfach machen So weißt du Also ihr braucht nicht mal denken Dass wir geil sind Die können auch einfach so Supporten Ihr müsst es aber nicht Leute Wir freuen uns auch Wir sind ja keine Gierlappen So sind wir nicht Einmal betonen Wo wir gerade über Dinge drehen Ich hatte ja Warum auch immer Hatte ich auf mein Gaming PC Eine Zeit lang Ne auf mein Stream PC War Ach du scheiße Hier ist irgendwie Unsichtbare Wenn ihr wollt mich doch verarschen Mann Kann man nicht euer scheißernst jetzt sein Ich glaube es ist wahrscheinlich Hier unten nachgemacht Oder so irgendwas Wo es wahrscheinlich merken Wie da der Weg ist Oder so Weißt du wie ich meine Sonst geht mal rechts Rechts ist auch irgendwas Geht nicht Ich kann da hochfliegen Ich guck mal ob ich da Man darf vielleicht Bisschen Ich fliege einfach nach rechts Weißt du was Ich fliege nach rechts Scheiße Fliege einfach Oh Nimm mal die Tür einfach Ich glaube der war ich schon Da bin ich wieder hochgekommen Egal Du wolltest was erzählen Irgendwie Ich hab Ich hatte auch Ich hatte auch mal Streamer PC Und mach immer noch Adblock installiert Das ist ja ein Skandal Und dann Hab ich so YouTube gestartet Auf dem Weil ich gucke eigentlich Mal auf dem Gaming PC Und dann schade ich so YouTube Egal ob ich Also ne Ich brauch keinen Adblock Ja Und dann läuft das Lägt das so richtig 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 langsam Ne Und Oh oh Ja okay Ehre Gut gemacht So richtig langsam Was ist denn das Ne Denn YouTube Macht wenn du Adblock an hast Oder bestimmte Adblocks Die Seite so langsam Dass es einfach gar keinen Spaß macht Mit Adblock zu gucken Ja voll gut Ja Kauft doch YouTube Premium halt Oder Guckt halt die scheiß Werbung Wir müssen auch leben YouTube Premium kostet Ja das ist ja das Nebenwert von Ja aber ich konnte dir auch Sonst haben Wir müssen ja Stattdruck Das ist auch schon länger her Aber hab ich ja auch Auch so gesagt Ja ne kriegt ihr euren kostenlosen Content halt nicht Habt ihr Pech gehabt Und dann meinte auch jemand Es ist nicht kostenlos Ich guck ja Werbung Natürlich das kostenlos Bei den Das ist kostenlos Auch wenn du Werbung geguckt hast Dir immer noch Keine Kosten entstanden Hab ich so das Gefühl Na Das ist ein Fehler Ja Ich weiß Aber jetzt ist doch schon Wieder viel zu spät rein Viel zu spät Ich hör's ja nicht Aber du hast ja gesehen Dass ich den Knopf gedrückt habe Ja Das ist mein normales Wo ist die scheiß Feder jetzt Ja Ich war ja noch Du spielst gleich Du spielst gleich Feder In Mario Brothers 3 Wie krass und wie ist das Achso Hab mir doch gar nicht mal nachgedacht Ich dachte gerade Ich krieg einfach den Danuki Nee nee Du kriegst einfach gleich die Feder Das Feder Upgrade Noch hab ich's nicht Oh Alter Das ist aber auch Das kann man gar nicht Oh mein Gott Warte mal Warte mal Nee nee Ich hab meinen Fehler erkannt Ich hab meinen Fehler erkannt Rigi Ah doch nicht Ich dachte Man kann ihn nehmen Ja Das wäre wirklich schlau gewesen Kann man noch nicht Komm schon Mario Schneller gibt's gar nicht Springen Springen einfach nach rechts hoch Springen einfach nach rechts hoch Oh mein Gott Das kann man jetzt zerstören Ich dachte gerade Das ist immer noch arschknapp Das ist einfach ein Cape Follow In Mario Brothers 3 Ich fände es so cool Ja Geht Jetzt halt mal jetzt Ob das Cape Fliegen Genauso gut ist wie in Wien Wie in SMW Das finden wir jetzt noch was Und macht Spaß Alter der Wollo Oh oh Okay Ja Spaß 64 ne Das war Spaß 64 Oh Junge Also erstmal sehe ich dann nirgendwo Einen Penis Wenn du das geschrien hast Jedes Mal Habe ich keinen gesehen Ja natürlich Safe waren da welche Hm Man hat sehr lange gehalten die Feder Naja Wir haben jetzt auch alles gesehen Was man mit der Feder machen kann Ja Das ist der Frosch ja auch viel angebracht Das stimmt Also ich muss sagen Der Frosch unter Wasser Ist schon ein scharfes Gerät Ist schon OP ja Ne das bockt Aber auf Land Auf Land Bruder ist natürlich Ey guck mal da sind die Fische aus SMW Er ist geil oder Ich flippe aus Aber weißt du warum Die das hier so einfach machen konnten Warum Weil es das SMW Spiel ja auch Als GBA Spiel gibt Und das ist alles Ich glaube das ist alles dieselbe Engine Vielleicht Ja das stimmt Keine Ahnung Ist geraden Ist geraden Aber vielleicht ist richtig Vielleicht ist richtig geraden Guck mal jetzt geben die mir direkt wieder den hier Ich weiß gar nicht wo man da unten war Verstehe ich gar nicht gerade Was wollt ihr von mir Das ist aber irgendwie verrückt Dass das wirklich nur Leute spielen konnten Damals mit 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 Mein Gott Mit Ich wusste gar nicht dass es ansteckend ist Das ist schlimm oder Mein Stottern Das war mir nicht bewusst Das tut mir leid Rigi Hätte ich das gewusst Hätte ich nicht mit dir geredet Ne manchmal habe ich das Wenn ich zu schnell reden will Ach du hast das Ich wusste gar nicht dass du das hast Weil Ich ab und zu stotter Ich würde nicht mal Hast du das nie mitbekommen Tatsächlich eigentlich nicht Ne Du musst dann glaube ich im Kreis laufen Ja das Das dachte ich mir auch Jetzt bin ich aber in die falsche Richtung Kein Problem für den Meister Wenn ich zu schnell reden will Für das was ich Sage Und du verstehst was ich meine Also ich denke zu Zu wenig nach Bevor ich rede Mach ich ja sowieso generell oft Aber ich habe halt das Problem Gerade Ich glaube es ist nur für die Münze Wolle gegen die Röhre Okay Ich denke nicht nach Bevor ich rede Und dann verhaspel ich mich ganz oft Und das ist quasi mein Problem Mit dem Mit dem Stottern Dass ich denn zu schnell reden will Für das was ich eigentlich kann Verstehe was ich meine? Bestimmt Ja 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 Bei mir ist einfach Es passiert einfach Das passiert jetzt nicht sagen Also vor allen Dingen mit Vokalen Wenn der Satz mit dem Vokal anfängt Also ich habe ja zwei verschiedene Arten von Stottern Einmal dieses was wir gerade gehört haben Mit meinem Wenn 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 Das ist für mich das Die harmlosere Version Die nervt aber wahrscheinlich auch Weil die ist am häufigsten Aber was tatsächlich das Problematische ist Für mich ist so dieses Wenn die Wörter stecken bleiben Ja Einfach ne Weißt du du willst Du willst sagen Zwei Big Mac Und du Du Oder Bei zwei passiert es in der Regel nicht Aber bei ein Big Mac zum Beispiel Weil es mit E los geht Mit dem Vokal Das kann ich halt nicht haben Ja Das nervt ne Deswegen bin ich auch so fett geworden Weil ich immer zwei Sachen bestellen muss Von einer Sache Nie ein Das ist für mich nicht funktioniert Ich möchte jetzt ein Shoutout machen Shoutout an Executor 83 Unser erstes Kanalmitglied Vielen Dank dafür Digger hast du das Hast du das getweetet oder so Ich habe das über den Community Post gemacht Achso Ich dachte schon Ich dachte schon Wie kann denn das jemand schon rausgefunden haben Aber natürlich vielen Dank Executor Ehrenmann Und du warst die erste Nummer 1 Du bist der erste Wie fühlt man sich Geil oder Ich will mich fühlen wie ein junger Gott jetzt Vor allem auch noch ein Shoutout kriegen Geil Im besten Video der Welt Das war ein bisschen am Ende Kriegt keiner mehr mit Aber Ist doch schlimm Du weißt wir wissen es Alle die mitbekommen haben Schreiben mal Ehrenexecutor 83 Ehrenmann Oh Hallo Das ist besser Aber auch jetzt gerade Lebst auch gerade gefährlich Wieso Mit deinem Kram da Mit deinem Mit meinem Kram Ja Mit meinem Kram lebe ich nicht Nicht so gesund Das stimmt Das stimmt Ich habe Hunger Ich habe schmacht Ja sollst du vielleicht noch was essen Vor der TTT Aufnahme Auf jeden Fall Das ist Ja TTT schmeckt es gerade Ich hatte mir Ich hatte von gestern einen Burger über Den habe ich mir reingefiffen Bevor wir angefangen haben Das darf man ja nicht Ich habe noch kalte Chicken McNuggets Aber das ist nicht so Boah Oh der geht zur Seite Oh mein Gott Nein Ich muss uns essen Oh Mann ey Die Level Die Level Darf ich das abbrechen Das ist mir zu schwer Nein Ich bin zu Hardcore Ich will das nicht Du bist ein richtiger Gamer Steuert es sich denn so viel anders Wie das Original SMB3 Ein bisschen Ja Klar Weil es ist die GBA Version Das ist schon ein bisschen anders Aber das Hauptproblem ist natürlich Dass ich nicht weiß Was da passiert gleich Ja aber es ist doch das Was wir wollen Wollo Wir wollen doch neuen Content bieten Ja aber da bin ich natürlich dann scheiße Ja aber besser wie das wird es doch nicht Weil es ist quasi neuer Content In alter Engine Ein alter Freund Im neuen Kleid Das ist doch auch Vielleicht mag ich das alte Kleid Ja aber vielleicht magst du das neue Kleid auch Ne mag ich nicht sicher Was ist wenn Wenn wir zum Beispiel neuer Neuer Imbiss aufmacht Den du magst Boah du Dann freue ich mich Aber das ist lange nicht mehr passiert Aber ich würde mich freuen Du musst es ja auch probieren Da geht zur Seite Das war es aber auf dich Man muss auch sagen Also unfair war es Weil nach rechts ist der voll schnell Gewesen Und jetzt Nach links geht er voll langsam Das hat mich natürlich verwirrt Das weiß man aber Weil man da geht auch mal nach oben Ja aber doch nicht im Eifer des Gefechts Aber jetzt weiß ich es Jetzt wird das richtig Das wird richtig geil Jetzt wird ich nicht Wenn ich das mache Jetzt wird ich sagen Boah das was geiles Hab ich noch nie gesehen Wie kann Guck mal Ich weiß dass man nicht nach rechts gehen muss Krass An dieser Stelle Mhm Das hab ich nämlich vorher auch noch nicht gemerkt So guck dir das an Den Gruber ja auch noch mal Einwäschgewäms Gar kein Gar kein Thema Einwäschgewäms Holen wir uns hier schön Schön den geilen Schuh Schuhe Findest du den Würdest du den Schuh hier tragen? Nein Hier auch nicht Ne Alter kennst du diese Diese neuen großen Diese viel zu großen Komischen Schuhe Die Leute jetzt so Aus Modegründen tragen Ne ich weiß nicht was du meinst Ich glaub die sind von Von Carnie Äh Irgendwie Big Boots Oder so nennt sich das Google das mal Warte Big Boots Big Boots Carnie Oder so Mach mal Big Red Boots Big Red Boots Big Boots Red Ach du Scheiße Ja oder Was kosten Was kosten Was kosten den Auf Ebay gerade 116 Dollar So wenig? Ja Dann hast du die falschen Glaube ich Das sind noch diese Ganz ganz roten Schuhe Einfach nur rot Ja riesengroß Als wenn das Playmobil Figuren Schuhe Oder so Ja genau Die kriegst du mal Für 116 Die kaufe ich mir Stiefel MSC Großrot Das sind aber Nicht die Originalen Denke ich Ne Hier 296 Auch zu billig Leute Habt ihr diese Schuhe Das würde mich interessieren Ich habe es geschafft Ja Sehr schön Wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao Ciao